So, okay, ähm, dann Nantau, dann wollen wir mal den Berg so ein bisschen abbauen hier, damit wir das Haus dann dahin setzen können, das wäre sehr passend, Werkzeuge brauche ich Schaufeln, die zwei letzten Schaufeln nehme ich mit, die kommen auf eins und, äh, die kommt auf eins, ne, die kommt auf eins, die kommt auf drei und die zwei. Die kommt auf zwei. So machen wir es. Gutes System. So. Das heißt, ab hier geht es jetzt ein bisschen so in den Berg rein. Hoffentlich nicht zu hoch. Na, aber es sieht noch in Ordnung aus. Wir müssen mal gucken, wie das hinbiegen. Bis hierhin. So, umläuft ein Creeper rum, das gefällt mir überhaupt nicht. Oh, ich wüsste was, ich hab mir da ja keine richtigen Prioritäten gesetzt, aber ich schalte die Monster erstmal aus für den Bau, ne, damit wir hier einfach mal so ein bisschen in Ruhe bauen können. Alter, das ist wieder bei ihr, aber... Kann ich euch sagen. Da kommt auch was, da kommt was Großes auf uns zu. Ich schaufel, ist gleich schon Schrott. Ja, geil, so ein Gebäude im Berg. Na ja, gut. Kann man machen, ne. Kann man machen. So, ich muss hier auch noch mal auf. Wie viel hier langsam ankommt, ne. Vom Berg, das ist unglaublich. Wie viel hier einfach auch wegkommt. Ich bin ja ganz sprachlos. Ich mach mal ganz kurz einen Screenshot. Ja, einfach so im Game Mode Null. Muss ja sein. Für die Thumbnails, sonst hab ich immer das Problem... Thumbnails. Sag mal, das jetzt am besten so in den Folgen so ein bisschen. Dann haben wir auch schon das erste Granit. Dann können wir theoretisch auch schon hier diese Erde hier rausheben. Die will uns natürlich dann jetzt auch nicht viel bringen. Da kommt dann der schöne, schöne, schöne Parkett Holzboden rein. Ja, auf Steine war ich jetzt aber eigentlich nicht vorbereitet, ne. Können wir mal so ein bisschen drauf hauen. Oh Mann. Ja, müssen wir jetzt. Wir haben jetzt keine Spitzhacke dabei. Zur jetzigen Aktion sag ich einfach nix. So. Ging aber auch schnell. Und ja, ihr habt richtig gesehen, ich spiele wieder ohne Faithful Texture Pack erst mal. Ich möchte es erst mal ohne probieren, ja, ein bisschen, ne, zeitlang. Dann gucke ich mal, ob ich vielleicht andere Texture Packs finde, die wir dann vielleicht auch benutzen können, ne. Vielleicht habt ihr ein gutes Technischer Pack, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Es würde mich sehr interessieren. Das klang jetzt sowas von überzeugend, merke ich gerade. Voll so, sehr, es würde mich sehr interessieren. Sehr, 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 egal was du machst, sehr. So. Ach ja. So, jetzt nur mal gucken hier. Hoch. So. Und hier auch nochmal. So. Wir haben ja hier noch Holz. Sag ich das hier wieder ein. Dann lege ich dieses schöne Holz hier. So. Das wär's auf jeden Fall so ein bisschen. Und da diese Seite jetzt ein bisschen länger ist, könnten wir diese eigentlich auch schon wieder so ein bisschen übers Wasser hängen lassen, ne. Ah, Mann. Wir haben doch den Pfeiler da gerade in den Boden reingeräumt hier. Das wär jetzt zwar, das wär jetzt eigentlich nicht so klug wie der Watt. Na komm, wir können, wir können. Können so mal so übers Wasser hängen lassen. Da mach ich eine Ausnahme. Wir haben den Pfeiler schon in den Boden gerannt, deshalb können wir das jetzt hier noch so mal ein bisschen... Na, wisst ihr schon. Können wir das so ein bisschen raushängen lassen. So. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Pfeiler. Ah, warte mal. Diesen kleinen Anbau, den wir jetzt gerade gemacht haben, können wir auch gut als Balkon benutzen. Oh. Batterie alle. So besser? Ja, jetzt geht der Flat Screen auch noch mit an. Ja, kann kurz ruckeln, genau. Und hier wird's ein bisschen heller. So. Genau neben dem Zuckerrohr, das ist doch schön. So. Hier jetzt auch mal so ein bisschen... Scheiße, wir haben kein Holz mehr, das gibt's doch nicht. So schnell ist das Holz weg. Mann, Mann, diese Eiche, na. Ich finde die so ein bisschen plattstörend, ich würde da eher eine Schwarzeichen machen. Ich finde, fände die nämlich ein bisschen schöner. Ganz ehrlich. Mein voller Ernst, wir brauchen dann eine Spitzhacke auch wieder. Nehmen wir unsere Schrotte hier. Die brauchen wir natürlich jetzt nicht mehr so richtig. Schwarz-Eichensetzlinge. Können die wieder zurück. Das werkt zwar gut. Ähm. Schwarz-Eichel. Neue Stück. Vier Stück. Vier Stück. Brauche ich aber nur. Ähm. Genau, und Holz wollte ich mir abholen. So. Dann können wir hier auch nochmal so einen gepflegten Rahmen machen. So. Bis hierhin geht das alles. Und dann wird das Dach hier auch schon fast am Boden versinken. Das berichtige ich gleich. Keine Sorge. Oh Gott. Wie viel Schlimmes passiert, ne? So eine komische Musik wieder. Was haben wir denn immer für Playlisten? Ganz ehrlich. Schlimm ist sowas. Schlimm. Schlimm. Tatsächlich möchte ich hier so ein Stückchen vom Berg weg haben. Ich mache mir erstmal eine richtige Eisenschaufel. Wartet mal. Wartet mal. Einen Moment, bitte. Was sucht ihr eigentlich Eisen? Das verstehe ich hier auch nicht so richtig. Na gut. Jetzt habe ich mir erstmal wieder eine richtige Schaufel hier besorgt. Damit wir das Gezuppel hier so ein bisschen weg machen können. Das nervt mich jetzt hier auch schon so ein bisschen. Ich möchte nämlich hier so diese kleine Ecke, die wir hier haben, so ein bisschen mit Blick auf Natur und sowas haben. Dafür muss jetzt hier leider so ein bisschen was weg. Greenpeace freut sich natürlich. Ich versuche es natürlich so zu machen, dass es aussieht, als wäre es so entstanden. Ich glaube, so ganz kriege ich das auch nicht hin. Na gut, egal. Ich werde mir mal Mühe geben. Ich finde auch diese Fläche hier. Das machen wir jetzt hier vollkommen weg. Aber ganz ehrlich, das geht so nicht. So. So sieht es doch wieder interessant aus. Und jetzt machen wir das gemein. Jetzt sind wir so gemein. Ich mache in diesem Haus noch so eine schöne Terrasse. So groß ungefähr. So. Aus Stein, wollen wir dir auch Stein machen oder aus Birke? Stein wäre, glaube ich, besser, ne? So eine Holzterrasse finde ich jetzt. Okay, ja gut. Haben wir jetzt schon so ein bisschen genug gesehen. Langsam in den 100 Folgen, ne? Da können wir jetzt auch mal ruhig wieder Steinterrassen nähen. Kabel haben wir zwar auch schon eigentlich genug gesehen, aber okay. Gut, man kann jetzt nie davon genug haben. Hier braucht gar nicht erst anfangen, hier Gras zu wachsen. Das bringt einfach überhaupt nichts. Da jetzt hier eine schöne Steinschicht draufkommt. Nein, nein, nein... Untertitelung des ZDF, 2020